Hallo zusammen, das ist das Internet aus der Dose. Das ist ein magischer Regenbogenstein. Anscheinend tanzen die Raupen sehr gerne. Das ist eine Caterpillar-Dance-Party. Dieser Typ hat ein Outfit gemacht, das komplett aus Spiegel ist. Ein kleiner Igel, der vor Mittagsschläfchen verwacht. Diese Katze will noch nicht nach Hause. So, das ist das Ende dieses Videos. Ich hoffe, es hat euch wirklich gefallen und dass wir uns bald wieder sehen. Bis dann! Vielen Dank!